So, servus meine lieben Piro-Freunde, ähm, ich hab heute mal für euch ein, also das wollte ich euch mal vorstellen, weil ich hab heute ein Geschenk bekommen von meinem Kollegen, ne, ich weiß schon was drin ist, ist eigentlich eine richtig geile, gute Geste, weil ich hab's schon oft gemacht, ne, ne, ich wollte es bloß mal mit euch teilen, aber das ist eigentlich richtig geiles Zeug für meine Vitrine, die ich zu Hause hab, kommt, das kommt dann alles mit rein, und zwar in dieser richtig geilen Verpackung, Funke Mixed Flowers, die Verpackung, die hab ich mir gewünscht, jetzt hab ich's ja endlich, ne, also ist übert geil, die von, alleine schon von, 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 von der Farbe her ist die schon tipptopp und schön glänzend auch, ne, also gefällt mir, so, ich mach das jetzt bloß mal so, weil ich film das jetzt bloß mal schnell, weil wir müssen dann nochmal wohin schnell, na, und ja, so, wie gesagt, dass es hier drin ist, aber ein Tisch, das, was da drauf steht, ist halt ein Überraschungspaket, ihr Lieben, na, machen wir mal auf, das ist alles für meine Vitrine halt, das wird auch nicht verknallt, dann guckt euch mal das an, das ist eigentlich richtig geil, das hat mir schon, das hat mir also auch gleich gefallen, ich hab das am Auto schon oft gemacht, das Paket, ne, ach, ihr hattest ja schon grüßend nochmal einen Tierkollegen, ne, tipptopp, kannst du dich mal bei mir mal behalten, richtig geil, ne, und das hier nämlich, das sind nämlich noch diese oralten Mega-Tresk, die kommen in die Vitrine rein, die haben glaube ich auch so um die 2-3 Gramm, ne, also die knallen wie Sau, die gab's ja dazumal, so ein 50er-Packungs-, für um die 10-8, also zwischen 8 und 10 Euro, die Dinger sind ja knüppelhart, wir machen das mal gerade so, ne, also, die Dinger sind steinhart, man hört's auch so schon, ne, also die sind steinhart, Mega-Teile, man guckt aber an, fokussiert, ne, heute geht's glaubt's nie so richtig, ah, sie liegt aber an den Tischverhältnissen hier, sorry, ich fühl mir wieder im Dunkeln, draußen ist schon dunkel, halt, sorry, weggeschmissen, so, so, das sehen sie praktisch aus, Uwaga oder sowas auf Polnisch, ne, also sind halt Polnbörder, gab's dazumal noch bei, also in der Tschechei, also, aber halt, hab ich auch nie wieder gesehen, wenn ich sie morgen wohl wieder sehen sollte, nehm ich sie mit, so. Ach, heute könnt ihr euch noch auf was gefasst machen, ich mach heute für, heute Abend für euch ein super geiles Unboxing, ein richtig mega, ich hab heute wieder Charitäten gefunden vom Allerweinsten, durch den Blättenzug, weil, so, fangen wir mal weiter an, der Pyrounion, 20 Gramm Vorbrenner, 1 Gramm BKS, knallt wie Sau das Teil, geht's jetzt ziemlich weit rein, jetzt hab ich einen Knallfinger, ne, aber wie gesagt, oh, geile Verarbeitung, tip-top in P1, kommt in meine Vitrine rein, der wird nicht verschossen, alles, was jetzt hier drinnen ist, wird nicht verknallt, weil meine Vitrine, die müssen wir ein bisschen wachsen, weil da hab ich nämlich auch nicht so viel, so, der Honey Badger müsste das lebe sein, P1, auch sehr laut, nur so, von, vom Bau her fast so ähnlich hier, wie diese hier, ja, wie heißen diese Knaller hier, ich komm jetzt wieder, ich komm jetzt wieder nie auf den Namen, ja, diese, die Oso-Knallen, könnt ihr mal mit reinschreiben, ich komm jetzt, weil ich jetzt nie auf den Namen komm, ja, der Fokus-Reite, der hat heute ein bisschen, der will ja, der will nicht, jetzt so vielleicht, jetzt hat er's, der Sauhaufen, ne, auch nicht mehr, ne, es ist halt am Licht, sechs Gramm, ist schon relativ viel, für einen Schwarzpuffer-Knaller, ne, alles Vitrine, also, mega-dress, mal gucken, ob das jetzt, ob das jetzt nochmal geht, mit anfokussieren, ne, leider nie, aber wie gesagt, da drauf ist halt auch nicht so ein deutsch, Slowakei und Tschechei, also, hier steht's, Baujahr 2013, ja, das seht ihr jetzt nie, also, das ist, also, die sind von 2013, da steht ihr, jetzt könnt ihr's vielleicht sehen, so ein bisschen schön mal drauf, und haltbar, und zu verbrauchen, bis 2017, oder, wartet mal, ich geh mit euch mal auf den Tisch, mal kurz hier oben drauf, mal gucken, wir machen das mal so, jetzt hat er's, ich hoffe, ihr könnt's sehen, hier, mit euch jetzt keinen Scheiß, euch erzählen, ist so, ihr habt das, also, die sind schon etwas älter, aber noch nicht so super alt, 13 bis 17, haltbar, so, warte geht's, einfach geil, gefällt mir, so, ja, Knallfolie, oder, hier, hatte ich mir auch gefünscht, Funke, A-Böller, müssten aber, glaube ich, ich hab keine Ahnung, ich hab von Funke-Böller, keine Ahnung, weil die hat's noch nie in meinem Leben, ich hatte sie schon mal in der Hand, aber auch noch nie groß gehabt, identisch, sehen's so aus, wie in den 90er Jahren, wo jeder Knaller, von Nico, oder sowas, so geil verarbeitet war, wie diese Funke-Böller, also die sind ja wirklich, die sehen genauso aus, wie dazumal, es hat nur hier halt, mit Funke drauf, cool, hier ist noch ein Päckchen, Funke A, alles Vitrine, 6,5 Gramm, na, Tipi-Töpi, Frau Flöbi, das fetzt, Funke-Böller, müsste es sein, einfach bloß geil, schöne Wandung, Schnipsel-Böller, vom Allerfeinsten, na, aber wie gesagt, die sind es halt nicht, na, und dann, ist das so, Funke-C-Böller sogar, das ist ja auch schon, die gibt's auch kaum noch, vom Hören und Sagen, mega, gucken, ob die eigentlich schon stehen bleiben, ja, die passen wunderbar in meine Vitrine rein, die werde ich euch irgendwann auch mal zeigen, und hier, die creme de la croque, das müsste aber ein älterer Funke-Böller sein, die Wandung ist ja schon mal mega, also das töppt keiner hier, also das ist ja wirklich hier, das ist bescheid, weil das immer so ein bisschen verschwommen ist oder so, aber ich hoffe, das geht so, ja, kennt ihr ja auch, das weiß ich euch nicht ganz vorstellen, 4,5 Gramm haben die, na, ein normaler Day-Böller hat halt bis 1,5 Gramm, der Super-Böller 2 auch bis 1,5 Gramm, der Rest ist Deko und Rote Pest, aber die hier, tipptopp, und ziemlich leicht, knallen eigentlich bald wie ein FP3 Small, na, also, tipp, Vitrine, und hier, und hier halt auch nochmal, mega dresk, geil, einfach bis geil, ja, seht ihr nicht, weil es halt die Lichtweiten ist ziemlich schlecht jetzt, aber ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen jetzt, jetzt halt auch noch einer, und das ist halt dann, wie gesagt, diese Verpackung, die, Pixed Flower, die haben wir ja auch für Silvester, könnt ihr euch auch schon drauf freuen, wir machen ja mega fette Videos, Mixed Flower ist schon eine Rarität, die gibt es ganz schwer noch, zu erwerben, also, ohne Scheiß, so, dann danke ich euch für das Video, und dann sehen wir uns heute Abend, bei dem richtig großen, ja, was heißt groß, es wird ein, ja, es wird ein großes Unboxing, na, und dann, passt das schon, na, mit dem, mit dem Zeug, was ich heute erworben habe, na, und dann ist das gut, danke euch ihr Lieben, und dann, bis zum nächsten Unboxing, und, ciao.